Hallo Pinky! Hallo Yuna! Wie wie wieder ein bisschen The Forest! Jaaa! Ja dann viel Spaß, ich bleib zu Hause! Nee, 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 du kommst schön mit du! Was, wieso denn? Okay, viel Spaß euch! Nein, nimm die anderen mit, nimm die anderen mit hier! Nein, du kommst auch mit! Da kommt keiner mehr rein! Daddy, du kommst auch mit! Du spinnst doch wohl! Hier, komm, zack, zack! Klopf, klopf! Ich wollte jetzt was ganz grobes machen, ich könnte jetzt oben aus der Tür raus und das ist von innen abgeschlossen! Nein, tu's nicht! Oh mein Gott! Hm! Hallo, wer ist da? Äh, äh, die Pinky! Die Pinky mit dem Brain! Oh! Was war das denn? Das war Dagi! Das war nicht nett! Ich muss aber sagen, ich habe nur nicht mal die Hälfte von meinem Leben! Also, in eine Höhle gehen! Neee! Neeeah! Wo bist du denn? Hier! brauchen wir denn die kletterachs wenn wir zur höhle gehen kommt darauf an in welcher höhle okay weil ich das für da irgendwie so das wäre nicht so gut vielen herzlichen dank einmal essen bitte danke dann packen wir aber schon mal was zu essen auch noch eine ja ich habe auch wieder was aufgehängt gehabt nachdem ich mir was genommen habe also gemacht oder nicht ja das war das die pause gibt es nicht warte ich mache eben ein wasser und das andere mache ich hier auf was ja gut sind ja paar flaggen markiert ich möchte unbedingt zu gelbe da wo wir immer gestorben sind fleisch zu trinken habe ich sowieso nichts aber ich bin voll also trinken hätte ich noch vier stück lasst uns erst mal los ich hab sowieso gleich also erstmal hinlaufen genau also an strang nee wir können auch hier außen rum am schrank war doch länger ich bin sofort wieder da kann man sich einfach einen besseren sperr oder irgendwie was machen ich habe den nur irgendwie aus einfachem holz ja und das kriegen wir ja alles noch so nebenbei dann bringe ich kurz die stecker nochmal zurück die ich gerade eingesammelt habe aber die brauchen wir doch auch wenn wir feuer machen unterwegs ja ich kann aber gleich wieder was holen bis er wieder da ist doch alles super ja das stimmt auch wieder da kann ich doch erstmal das lager so lange auffüllen wo sie mal wieder recht hat ja 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 hast recht wenn er wieder da ist habe ich das lager fast voll doraus alles mal also nein 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 schatz pf Entschuldigung Ich hab einen Vogel auf dem Finger! Oh mein Gott! Ich hab einen Vogel! Was? Oh, ich hab einen Vogel getötet. Oh, hier landen die ganzen Möwen auf dem Boden. Okay, geht los. Okay, das erste Ding da ist voll. Ja, ich komme, ich komme, ich spar grad aber noch ein bisschen die Ausdauer. Hallo. Wo zur gelben? Ja. Die gelbe ist da hinten. Es ist sehr weit. Sind wir weit da? Sind wir weit da? Nein. Ist der Papa da? Wenn wir eine Ehe sehen, lass uns das töten. Die Ausdauer ist schon weg. Ja, das geht schnell. Jiffi. Wie lange sind wir unterwegs? Fünf Sekunden? Nein, nur vier. Wir können ja auch langsam wandern. Wir müssen ja nicht sprinten. Ja, okay. Ja? 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 Ja. Und wie war euer Tag so? Ach ne, weißt du, es war ganz spannend. Wir haben, wir haben, wir haben Angst gehabt. Wir hatten Spaß, wir haben Kannibalen gesehen. Oh, hier ist ein Lager. Wir waren wandern. Wir haben Kannibalen gesehen. Und was hast du so gemacht? Oh, ich hab auch Kannibalen gesehen. Oh, so viel Abwechslung. Ja. Total. Oh, Seile. Ja, Seile sind gut. Seile sind gut. Ja, 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 ja. Wir haben noch, äh, Pillen. Wo sind Pillen? Wo sind Pillen? Pillen. Wo sind die Pillen? Wo sind die Pillen? Wo sind die Pillen? Ich brauch die Pillen. Ich hab'n Golffall. Da. Ich kann auch Schädel hier mitnehmen. Na los, nehmt den Golffall. Da. Nehmt den Golffall. Da. Oh, hier sind blaue Beeren. Futter. Kann man doch kaputt machen diese Dinger, oder? Ja. Dann haben wir nämlich Schädel. Ähm. Hier liegen auch Pillen. Nehmt mich. So viele Schädel. Will ich meinen Schädel nehmen? Ich hab' schon alles voll. Ja, warte. Oh, ich bin auf dem Boden vor mir. Also ihr habt auch die blauen Beeren, ja, gefuttert? Sind welche? Die sind wichtig. Ja. Gibt's Energie. Jona, hast du schon ein paar Schädel? Ich finde sie nicht. Ja, ich hab' grad mich umgesehen. Mehr kann ich nicht tragen. Okay. Hast du? Doch. Äh. Ich mein' ja, lass uns mal weiter. Doch. Hab' ich. Wann haben wir denn? Wann haben wir denn? Wann haben wir denn? Gibt mir's Dörf. Ups, ich hab irgendeinen Pilz oder so gegessen. Ja, den roten darfst du nicht essen. Ach, hier ist alles. Okay. Geht alles in einen Margen. Ja, alles da durch, dann da durch und dann ist es irgendwann wieder raus. Wenn man Glück hat. Was ist denn bei der gelben Flagge? Da ist ne Höhle. Da ist doch die Kettensäge. Aaaaaaah, Aua. Nanananananananana. Ihr geht doch nicht ernsthaft. Einfach... Im Wunder, dass ihr immer am Sterben seid, wenn ihr einfach so nen Berg runterrutscht. Ist das das das? Ist das das? Hat ich mich auf Pänen? Ich hab doch Pänen eingesammelt. Anstatt nur ein paar Zentimeter herumzulaufen, weil es da nämlich wieder hoch ging, also... Ja, das kann ja jeder. Ja. 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 Deswegen hab Richard das alleine gemacht, ne? Mhm. 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 Wie, jetzt werden wir ganz feucht. Ja. Feuchte Angelegenheit. Was passiert? Ähm, und wir müssen hier auch auf Haie und so und, äh, Krokodile aufpassen. Die letzten beißen die Haie, fertig. Okay. Ich bin letzter. Es gibt nur drei Haie. Äh, drei? Ja gut, eins, zwei, drei, vier. Ich überlebe. Viel Spaß. Das ist ein Kaninchen, will jemand das töten? Das sind mehrere. Aber die zwei Haie, die zwei Haie zu sehen. Ich hab leider keinen Bogen oder so für die Entfernung. Warten wir mal auf die anderen erst mal gefahren. Alle. So, ich bin auch da. Pinky war trotzdem die letzte Zeit, aber Glück auf den. Oh, hier ist es schon wieder ein Dorf. Oh, ein geschlossener Koffer. Jetzt nicht mehr. Da kannst du dich umziehen. Ja, hab ich. Okay, weiter geht's. So, ich bin da. Ja. So, bestimmt Stoff oder so. Das ist ja nichts. Oh, wo sind sie denn hin? Na hier. Wo? Hier rein. Äh, da ist ne Eing... Das ist ein Eingang? Das ist ein Eingang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja. Freuen wir vielleicht. Äh, aber ne, wir haben gespeichert bevor wir los sind, ne? Ja. Und, äh, hier drinnen können wir ja auch noch mal kurz vorher speichern. Da ist ja auch, ähm, können wir ja so nennen. Und, äh, nicht erschrecken, Juna, hier kommen gleich, äh, Fledermäuse. Die sind sehr laut. Schrecken? Ah. Gehen wir denn auch alle weiter, oder? Quietsch! Ja, ja, sind alle da. Sind alle da. Ich geh jetzt letztes. Es sind alle da. Sind alle da. Es ist echt krass bei mir. Das ist so wichtig bei dir? Hier können wir uns was zu essen machen? Oh, mertes Willen hier. Oh Gott. Was war das? Das war aber echt laut. Und hier können wir ein kurzes Lagerchen aufbauen. Äh, äh. Den hängenden Menschen hier, ne? Ich bräuchte nur noch, genau. Und speichern. Nicht schlafen, nur speichern. Oh. Oh. Seid nicht. Räuchern. Oh, ihr Heiligen. Essen ist fertig, falls einer noch was essen möchte. Oh. Nee, ich hab noch genug. Ich hab auch dabei. So. Dagi? Wohl. Ist du soweit? Wohl. Wohl. Hier müssen wir... Leiterplatte gesammelt, aha. Hier müssen wir runter. Hier müssen wir leider springen. Aber kommen wir dann auch wieder hoch? Hier nicht mehr, nein. Aber dann kommen wir woanders lang. Aber, ähm. Wir sind hier lang. Wir kommen woanders lang, ja. Okay. Leute vorbei. Na, wir haben auch alle keine Kletteraxt, ne? Nein. Aber die kriegen wir gleich. Ah. Perfekt. So, jetzt hier runter. Bitte, was? Einer nach dem anderen. Dagi? Hast du was gesagt? Ja. Was denn? Wo bist du denn? Da hier unten. Achso, okay. Ah. Da muss ich dich mal ein bisschen lauten. Oh. Oh. Da muss ich dich mal ein bisschen lauter machen. Du bist so leise, Dagi. Ja. Ist er, ist er. Geh jetzt. So, jetzt. Ähm. Ähm. Hm. Was denn? Jetzt müssen wir hier auch schon. Ich hab jemanden gehört. Ja. Der klingt, der klingt so, als wenn wir, äh, wieder gehen, so einen. Weil ich den Suchflug haben. Wir sind, glaub ich, in deren Zuhause. Also hier ist eigentlich die Kettensäge. Geil. Die ist nicht mehr da. So. Hast du die? Also ich hab sie. Ich nicht. Halt. Da schaffst du schon genug. Oh, alle Kettensäge. Sehr schön. Ne, also dann ist unser Rucksack doch noch da hinten irgendwo. Ich hab, ich hab jetzt. Hast du die Kettensäge? Ja. Ja. Ich hab hier keine. Warum habt ihr alle Kettensäge und dich nicht? ハan, nananananananananan. Äh, w atacen. Äh, w的时候 BACKEN. War okay, war, 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 war vorbei, wir. Oh, wer bleibt nur gleich still bei dir. Luh, bluh, 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 bluh. Oh mann. Das ist doch totaler Unfug, ja. Arme Mischpinkie, oioioi. Das werden jetzt schon mal 3 von 4. Toi. Ja, du kannst dann... Kann ich dir die dann geben einfach, dann ist doch auch okay. Ja. Komm mal her, kannst du haben... Warte, das in die Mitte, ne? Aber dann hast du sie ja nicht. Wie oft spiel ich mit euch. Vielleicht ja jetzt öfter. Alter. Da. Ups. Sollte eigentlich nicht ausgerustet werden. Da. Kann ich haben. Da. Lustig. Das ist total nett. Ja. Also der Let's Player sollte schon einen haben, ne? Also das ist ja... Nein, 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 nein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt, ähm, da durch den... ...durch die Hölle. Durch die Hölle. Ja, wo wir gestorben sind. Ach, nöööö. Ja. Und da kriegen wir die Kletterangst irgendwo? Ja. Ja. Die hängt an der Wand. Ah ja. Dann müssen wir jetzt zurückgehen, oder? Oh, hier ist Alkohol. Alkohol, Alkohol. Ja, da könnte man zurückgehen, oder dann, äh, einen anderen Weg gehen. Fasi. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt die... Ey, jetzt hier mit vier Leuten hast du viel mehr Sicht, ey. Das ist geil. Also, ähm, hier sind Kannibale, ne? Ich sag's nur. Und es sind nicht wenige. Da ist noch ein Trau... ähm, 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 Koffer. Koffer? Koffer. Koffer. Kröner Koffer. Wir werden jetzt mal die... ...Kettensäge nehmen. Rumm. Falls wir kommen. Warte mal. Kann man eben ein paar Pfeile machen? Ich hab Pfeile, aber keinen Bogen. Soll ich dir die Pfeile geben? Äh, ich kann auch mal ihn selber, eigentlich. Viele Bogen, äh, viele, äh, Teile brauchen wir für den Bogen? Ey. Also, ich hab jetzt schon 15 Pfeile. Hier, ich hab noch mehr Pfeile, ich hab 30 Stück. Ähm, wir brauchen Stoffe. Du, ne? Stoffe, geh. Was ist denn du? Ja, richtig schön. Oh. Die hab ich jetzt genommen. Ich hab's gemerkt. So, was ist Plan, Leute? Was ist Plan? Was machen wir? Wir brauchen nicht mehr Ruhe, oder was? Ich weiß nicht, ich werd die Kettensäge denn jetzt hier an. Das ist voll laut. Also, ich nicht. Das ist Dagi. Erstmal... Kannst du sie sehen? Ich hab nochmal 30 Pfeile, wenn einer haben möchte. Was? Wie viel, wie viel Stoffe kommt? Aha. Oh, heiliger, da ist einer. Ja. Oh. Da ist noch einer im Wasser. Ja. Also, wenn man irgendwie Licht hätte, dann... Ja, warte, ich mach gleich Licht. Hinter uns, da greift einer gleich an. Oh, wow. Wow. Also, ho, ich hab... Ich hab... Da ist... Da ist... Sie sind denn um uns rumgekommen? Ich hab keine Ahnung. Ja, man kann hier rumgehen. Man kann hier rumgehen. Das ist ein Rondell. Ja, das ist ein Rondell. Dann lass uns langs... Langsam mal losgehen, oder? Ja, gut. Hier, 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 hier! Hier! Hier sind sie! Sehr schön, sehr schön. So, sammeln wir die gleich alle. Am Ende. Aber eigentlich haben wir ja schon voll Schädel und Knochen. Ist ja nicht so... schwierig. Schädel finden. Ja. Ach doch, ich hab den getroffen mit meinem Fall. Der hat mir einfach keine Reaktion gehabt. Ja... Ja, nee, äh... Mit dem Pfeil muss sie ihn halt öfters treffen, ne? Ja, ja, aber ich dachte, der macht ein Geräusch von wegen so... Ich hab ihn getroffen. War das Feuer? War das Feuer? War das Feuer? War das Feuer? Hier ist ein Feuer. Alter! Mach mal die Kettenwege aus. Ist das Feuer? Echt mal, es ist laut! Wieder Alkohol. Oh ja. Im Monotiv kann man machen, ne? Mit Alkohol und Sa... ähm, ähm, Stoff. Kisten gehen die alle hier auf? Musst du probieren. Aber meist ist da nie was drin. Sie sind sodass. Was? Wo? Ah, ich sehe mehr Viecher. Komm. Ich hätte mir so die Fläschuhe gemacht. Ähm, ähm, wir haben nicht gespeichert. Außer da vorne. Du dich an, du Vogel, ey. Komm her. Er brennt, er brennt. Ähm. Boah, ich kann, es ruckiert so krass bei mir. Ich, einfach, ich, ich... Da ist er. Boah, keine Ahnung, wohin ist. Da. Hier oben. Hier oben ist er. Dann lass du es sein und bei dir, dann machen wir das. Ja, sorry. Ja, das ist eine gute Idee. So, erledigt. Au, 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 au. Äh, Pinky brennt. Äh, ja. So. So. Speichern. Oh, ja. Hier noch einige... Ja, ja. Ich hab gespeichert. Ja. Baff. Leitungsstück. Hm. Rüstung. So, wisst ihr, in welche Richtung wir müssen? Warte, ich mach mir mal kurz was zu essen drauf. Moment. Also, ich hab zwei Fische. Drei Fische hab ich drauf getan, falls jemand braucht. Ich hab jetzt erstmal einige Mollandhoffs gemacht. Es ist fertig. Ja. Danke. Fertig knapp. Oh, nee. So, nochmal speichern. Mit vollem Magen. Und da muss ich leider schon wieder die Folge beenden. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja. So, meine Lieben. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne wieder ein Dormley da. Und, äh, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Au. Ja, und tschüss. 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 Auf. Oh, ja. 444.